Ja, weiterhin rollt der Ball hier auch in Finnland in Zeiten von Corona. Wir sind hier beim Schminen Cup Halbfinale, und zwar der FC Hacker aus Wahlkirchkowski spielt gegen AJK Helsinki. Das Problem ist, dass im Juni nach wie vor nur 450 Zuschauer ins Stadion kommen dürfen. Heute sind 451 hier. Können wir mal raten, wer sich hier reingemogelt hat. Ob normalerweise hier mehr Leute werden, weiß ich nicht, aber Pokal-Habfinale ist ja schon ganz okay. Also wir gucken uns das an, ob die Flöre schmeckt. Ach so, das finnische Wort für Tüte heißt übrigens Pussy. Habt ihr wieder was gelernt, ne? Also, ist ja nicht so, dass man hier nichts lernt. Wir gucken, wann ihr da spielt. Oh, da geht noch was. Ne, geht doch nichts. Hier geht nichts.